Der Anteil der Generation 60 plus an der Gesamtbevölkerung wächst von 2024 bis 2050, also in einem Vierteljahrhundert, in Scherding von 28,9% auf 36,9%. Während die Gesamtbevölkerung im Bezirk Scherding in diesem Zeitraum beinahe gleich bleibt, wächst die Gruppe der Generation 60 plus um volle 28,35%. Die demografische Entwicklung und ihre Konsequenzen in allen Lebensbereichen wird daher eine der ganz großen Herausforderungen der Politik der Zukunft sein, denn diese Entwicklung hat auf alle Lebensbereiche bedeutsame Auswirkungen, stellte Landesobmann LHAD Dr. Josef Püringer und Landesgeschäftsführer Franz Ebner klar.